Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ganz, 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 ganz glücklich, denn ich habe in diesem Monat die Rossmann Schön für mich Box gewonnen. Tino und ich, wir haben beide an diesem Gewinnspiel teilgenommen, wo ja jeder teilnehmen kann. Da kann man ja einmal im Monat bei Rossmann eine von 5000 Schön für mich Boxen gewinnen, wo 10 Produkte drin sind. Man bezahlt dann, kriegt einen Coupon zugeschickt und bezahlt 5 Euro für die Box und kriegt die dann zugeschickt. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben beide eine gewonnen. Für alle die, die jetzt aber mit hasserfüllten Blicken hier in dieses Video reinschauen, keine Sorge, einer von euch darf eine dieser Boxen gewinnen. Denn, wenn man schon zwei, ja, gewinnt, kann man ja seinen lieben Abonnenten auch was, ein bisschen Freude bringen und eine verlosen. Und das mache ich in diesem Video auch. Und dafür müsst ihr am Ende dann nur eine Frage beantworten, also in den Kommentaren dann eine Antwort zu der Frage, die ich am Ende stelle, noch mit reinschreiben. Alles andere, was ihr machen müsst, steht unten in der Videobeschreibung. Ich würde aber sagen, jetzt gucken wir erst mal, was in der Box Schönes drin ist. So, was die Rossmann Schön für mich Box ist, habe ich ja gerade eben schon erklärt. Deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach gleich mal rein. Ich bin nämlich total gespannt. Ich hatte bisher noch nie Glück mit dieser Box, diesen Monat schon. Guck mal. Da ist sie. Da ist nochmal eine Box drin, sozusagen. Und die holen wir jetzt mal raus aus dem Karton. Und dann gucken wir hier mal rein. Ist ganz schön schwer. Schick sieht es auf jeden Fall aus. Ich weiß nicht, ob das jeden Monat in diesem orangenen Design kommt. Aber das ist ja auch egal. Wir haben hier oben erst mal dieses kleine Heftchen. Hier gehe ich mal ganz stark davon aus, dass da drinne steht, was drin ist. Deswegen gucken wir da mal noch nicht rein. Dann ist hier ein Heft drinne. Das Schön für mich Heft von Rossmann. Mit der Dame hier vorne drauf. Die hat, glaube ich, mal eine Topmodel-Staffel gewonnen. Sarah Nubo. Ja, ich glaube, das war die. Genau. Dann ist hier noch drinne ein Heftchen zur Rossmann-Eigenmarke Eco-Freude. Die haben Badreiniger, Spülmittel, Kolorwaschmittel etc. Und hier sind jetzt die Produkte drinne. Und oh mein Gott, das ist ganz schön voll, muss ich sagen. Wahnsinn. Wir haben hier einmal drinne... Achso, da ihr ja eine Box gewinnen könnt, ist alles, was ich hier zeige, sozusagen auch das, was ihr dann auch gewinnen könnt. Ja. Schaut mal. Hier ist ein von Kneipp ein Lippenpflegestift. So ein bisschen tintet, also mit leichter Farbe. Ich nehme an, das ist hier dann in diesem leichten Rosa. Für gepflegte, getönte Lippen ohne auszutrocknen. Natural Rose von der Natur inspiriert. Das ist sehr cool. Ich habe tatsächlich von denen schon zwei da. Aber wenn man die zulässt, sind die ja auch eine ganze Weile haltbar. So, hier ist dann was zum Knuspern drinne von der Firma Ener Bio. Und zwar ein Kichererbsensnack Humus. Hoher Protein- und Ballaststoffgehalt. Das finde ich super gut. Ich mag Kichererbsen und ich mag Humus. Hier ist beides kombiniert. Bin ich sehr gespannt drauf. Werden wir bestimmt abends mal snacken. So, weiter geht's. Oh cool. Hier ist von der Firma Haarliebe bei Domino Cati. Das ist bestimmt jemand, den man absolut kennen sollte. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Aber es ist bei Domino Cati. Ein festes Shampoo-Pflegewunder für strapaziertes und trockenes Haar. Vegan, ohne Silikone und ohne Plastik. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und ich finde ja auch, dass diese festen Shampoos oder allgemein so die ganzen festen Produkte, die sind ja alle gar nicht mal so günstig. Deswegen schon cool, dass so eins hier drinne ist. Muss man ja auch sagen. So sieht das Teil aus. Riecht jetzt gar nicht so stark. Aber das Wasser riecht, ist angenehm. Ich glaube, das ist mit, ähm, also wenn ich jetzt von den Bildern hier ausgehe, mit Macadamian-Nuss. Das roch jetzt auch etwas nussig. Aber es steht jetzt nicht zu 100% drauf. Ach doch, hier, Macadamia-Öl und Frankie Pani. Ach, jetzt weiß ich, wer Domino Cati ist. Habe ich doch auch auf Instagram abonniert. Hehe, da hinten ist sie drauf. Da ist Domino Cati. Jetzt ist mir jetzt aber peinlich. Die habe ich auch auf Instagram. Und ich weiß nicht, wer das war vom Namen her. Ich bin jetzt einfach nicht drauf gekommen. So, wir machen einfach weiter und vergessen, was gerade war. Ähm, hier ist von Altera Naturkosmötik ein ölfreies Aloe Vera Gel mit hochkonzentrierter Bio-Aloe Vera für trockene und empfindliche Haut. Auch das ist super für den Sommer. Denn im Sommer ist das perfekt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Sonne war und die Haut sehr strapaziert ist. Oder man hat vielleicht sogar einen Sonnenbrand. Das drauf und es hilft wirklich wunderbar. So, das nächste, was toll für den Sommer ist, ähm, ist von Tetecept ein Hydro-Express Fußbalsam. Intensive Feuchtigkeit und reichhaltige Pflege mit Aprikosenöl, Hydrolipidkomplex und Urea. Gerade im Sommer sollte man seine Fußpflege nicht vergessen. Nicht nur des Geruchs wegen, sondern auch einfach nur, dass die nicht so, ja, strapaziert sind. Weil, wenn Füße K.O. sind, ne, wenn man schmerzende Füße hat oder wirklich durch Laufen und Hitze belastete Füße, das geht auch auf die Substanz von einem selber. Das ist einfach so. Deswegen vergesst eure Fußpflege im Sommer nicht. Und wieder etwas Schönes für den Sommer. Und zwar von der Firma Sunozon. Sensitive Sonnenfluid mit, oh, mit Lichtschutzfaktor 50 sogar. Für empfindliche und trockene Haut, für das Gesicht und das Dekolleté ohne Duftstoffe, 24 Stunden Feuchtigkeit und wasserfest. Hat auch UVA und UVB-Schutz. Richtig, richtig gut. Und gerade auch dieses, dass es Sonnenschutzfaktor 50 hat, ist auch klasse. Weil gerade für das Gesicht, man unterschätzt das dann teilweise so sehr. Weiter geht es. Hier ist eine Limited Edition drinne von Nivea. Eine Pflegedusche mit Floral Paradise Group. Das ist dieses welches. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich rieche mal dran. Mal gucken, ob meine Nase halt verschont bleibt. Oh, hier kommt schon ein Bläschen raus. Oh, das riecht aber sehr angenehm. Wisst ihr, wie das ein bisschen riecht? Es gibt doch von Spebs, glaube ich. Russian Wildberry als Sorte. Oder ich hatte das letztens auch mit Wildberry-Geruch. So ein Tonic-Wasser. Und so riecht das. Super angenehm. Oh, da freue ich mich auch sehr drüber. Weil das riecht wirklich super gut. Halt nicht so quietschend süß, sondern sehr erfrischend, fruchtig, blumig einfach. So. Dann haben wir hier für die Nägel. Und zwar von Altera Naturkosmetik. Eine Nagelhaut. Erweicher-Gel für geschmeidige Nagelhaut. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr praktisch. Pflegt dann auch die Nägel. Und hilft, dass die auch stärker sind und schneller wachsen. Weil wenn die Nagelhaut jetzt so fest ist, können die nicht so gut wachsen. Dann haben wir hier drin von der Firma Igrofreude. Entschuldigt bitte. Ein Recycling-Mikrofaser-Universaltücher. Entfernt hartnäckigen und fetthältigen Schmutz. 100% Recycling-Material. Wiederverwendbar. Das ist cool. Fünf Stück drin in fünf verschiedenen Farben. Finde ich super, dass auch was für den Haushalt drin ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wird auch auf jeden Fall bei uns Anwendung finden. Putzen tun wir ja alle. So, hier ist ein bisschen was an dekorativer Kosmetik drin. Und zwar von Rival Me. Einen Lip Liner in der Farbe 04 Apricute. Den werde ich bestimmt mal in eine Verlosungsbox packen. Denn sowas nutze ich nicht. Und es wäre dann schade drum, wenn der hier nur rumliegt. Und dann ist hier drinnen von Altera Naturkosmetik wieder ein Lash Extension Mascara. Die spezielle Gummibürste verleiht ihren Wimpern extra Länge und Volumen. Das ist der hier. Das finde ich super. Jetzt gucken wir uns mal an. Ich finde die Farbe von dem Deckel richtig schön. Okay, warte. Das ist dann das Gummibürstchen. Ja, da freue ich mich schon drauf, den auszuprobieren. Okay, zwei Sachen sind noch drin. Und wow, das sieht ja schick aus. Hier ist von Isana, der Eigenmarke von Russmann, wie man weiß. Das Body Spray ist auch eine limitierte Edition. Body Spray Brazil Feeling. Exotischer frische Kick für einen zarten Claw. So schaut das aus. Ein Body Spray. Und ich hoffe, man sieht das jetzt in der Kamera. Guck mal, das schimmert hier richtig schön. Das heißt, wenn man sich das drauf macht, hat man dann wahrscheinlich auch so einen richtigen Schimmer auf der Haut. Ich will mir das mal ausprobieren. So, erstmal wegen dem Geruch vor allen Dingen auch. Oh. Ja, Tatsache. Also man sieht es jetzt mit Sicherheit nicht auf der Kamera. Aber man hat jetzt wirklich so ganz leichte Glitzerpigmente auf der Haut, die dann halt im Sonnenlicht so richtig schön erstrahlen und leuchten. Und es riecht auch sehr, sehr angenehm. Also muss ich wirklich sagen, ich dachte erst, das wirkt hier alles so ein bisschen dickflüssiger. Aber das kommt sehr angenehm raus und verteilt sich auch schön. Und es riecht wirklich ganz, ganz toll. So, das letzte Produkt, was hier drin ist, und das finde ich persönlich ja mega cool, ist von Rossmann For Your Beauty Professional. Ein Travel Edition Pinsel Set. Und zwar ist das ein magnetisches Mini-Pinsel Set mit hochwertigem Kunsthaar. Das sieht schon mal richtig cool aus. Und was hier ziemlich geil ist, hier hinten sieht man, da ist so ein Halbkreis als Metallplatte. Und die Pinsel haben unten so einen Magneten dran. Und wenn man die draufstellt, sieht man hier als Bild. Wenn man die draufstellt, dann stehen die dort magnetisch. Das heißt, wenn man das so mitnimmt und dann stellt man sich das dann irgendwo im Urlaub, im Hotel oder sonst wo, dann hat man dieses Pinsel Set. Das finde ich ziemlich cool. Ich mache das mal ganz kurz auf. Ich will mal gucken, wie so ein Pinsel sich anfühlt. Dann gucken wir uns das doch einfach mal kurz noch an, oder? So. Hier ist dieser Halbkreis. Oh, die Pinsel sind schön, schön weich. Und dann, Tatsache, guckt mal. Hier, das hält richtig gut. Ja, das hält richtig gut. Gut, man hält, man tut sich das ja bestimmt auch nicht an die Wand, obwohl es hält, aber das hält schon. Aber das ist schon ziemlich cool, ne? Dann tut man dann die ganzen Pinselchen, ich mache das jetzt einfach mal, da drauf. Da drauf. Ich sage mal, selbst wenn man das nicht in Urlaub mitnimmt, sieht das auch cool zu Hause aus, würde ich mal meinen. Hier. Halten die alle? Ja. Das ist sehr, sehr cool. Das finde ich eine sehr geile Idee und da freue ich mich auch total drüber. Ähm, ja, jetzt habe ich das einmal schon ausgepackt. Was soll's? Eine Box ist ja noch komplett eingepackt und die könnt ihr ja, wie gesagt, auch gewinnen. Ich bin auf jeden Fall total begeistert von der Box. Ich werde es zwar jeden Monat weiter probieren, wieder so eine zu gewinnen, aber, ja, man freut sich dann, wenn man mal gewinnt. Und dass man jetzt ausgerechnet gerade zwei gewonnen hat, ist total verrückt. Und deswegen möchte ich euch, mit euch diese Freude über zwei gewonnene Boxen teilen. Und einer von euch hat jetzt die Chance, eine so eine Box, wie gesagt, zu gewinnen. Ähm, was ihr dafür tun müsst, steht einmal unten in der Videobeschreibung. Eine Sache davon ist, dass ihr einen Kommentar unter das Video schreibt. Und da beantwortet ihr mir einfach bitte mal die Frage, ob ihr denn auch schon mal eine Schön-für-dich-Box von Rossmann gewonnen habt. Und wenn ja, ob ihr da auch so ein Highlight-Produkt drinne hattet. Ähm, und wenn ihr das hattet, dann sagt mir mal, welches Produkt das denn war. Na, also meins ist definitiv dieses Pinsel-Set. Das ist wirklich, wirklich richtig cool. Und für mich persönlich, ich finde halt auch die Teile toll. Kann man sehr gut gebrauchen und sehen halt dazu schön aus. Aber ich bin allgemein sehr begeistert von der Box, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß beim Zuschauen, ähm, vom Auspacken dieser Box. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt doch gerne hier mit einem Abo. Damit unterstützt ihr uns komplett kostenlos. Und ihr verpasst dann auch keine Videos mehr. Ähm, davon kommen noch einige. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's mal gut und viel Glück bei der Verlosung. Tschüss, eure Nicole. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.